hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video der noppensteinstube ja heute geht es mal am kumen und ich glaube ihr könnt euch denken warum ihr alle werdet mitbekommen haben was da gerade bei johnny's world passiert ist und ja sein laden stein gemacht ist da gab es ein bisschen ärger mit anscheinend lego also es ist anscheinend klar dass es lego ist es gibt auch ein neues video zu der geschichte bei johnny's world zu sehen guckt euch das an ich verlinke euch die unten auch und ja ich finde es einfach ein starkes stück was da gerade passiert verfolge das schon sehr lange auch beim hell der steine und bei blue bricks die ganzen sachen die da ja so mit lego abgehen beim hell der steine habe ich es immer mit einem leichten lächeln verfolgt weil ich mir dachte immer so naja wer ein stück fleisch blutend ins meer wirft der wird den haien natürlich anlocken dass er irgendwann zubeißt und das ist bei ihm passiert bei blue bricks ist natürlich noch mal eine schippe fast mehr drauf und ich finde aber jetzt das fass also den boden aus dem fass ausgeschlagen hat jetzt die aktion die jetzt wirklich beim stein gemacht ist da passiert also stein gemacht ist ist der laden von johnny's world und ja von torsten klarholt ich denke mal ihr kennt ihn alle ich würde es würde mich wundern wenn jetzt irgendeiner von euch sagt so was da los kenne ich nicht weiß ich nicht guckt euch da das video an ich verlinke es euch was da passiert ist und ich möchte das hier nicht alles aufgreifen das kriege ich auch gar nicht alles zusammen ist auf jeden fall eine menge und ist ein starkes stück muss man ganz klar sagen da ist jetzt eine aktion ins leben gerufen worden die ich wirklich sehr sehr cool finde und zwar ist das das was ihr hier seht bricks for the kids das ist eine spendenaktion wo spenden für kinderheime gesammelt werden um den halt alternative klemmbausteine zur verfügung zu stellen das finde ich sehr sehr cool und es ist halt auch eine message die dann ja an lego gerichtet ist und das finde ich halt eine coole sache ich liebe alternative klemmbausteine ich liebe aber auch lego steine also demnach ich möchte gerne dass das alles eins wird ich möchte dass irgendwann mal human neben lego im regal steht und neben blue bricks das wäre so mein traum dass ich nicht mehr im prinzip gucken muss oh gott das lego set das ist aber richtig teuer und das muss man leider sagen lego ist richtig teuer und dann gibt es hier so ein set und das ding kostet 499 ich meine guckt euch das mal an 499 für das alles hier da hätten wir von lego ein 20 das wären 20 euro bei lego hier 499 bei cumin und die sets sind echt gut die figuren ich finde sie lustig sind natürlich ja wir sind alle an die minifiguren gewöhnt aber die kinder die heutzutage nachkommen die sagen vielleicht irgendwann ich finde die human figur cooler ich meine wir können ja nicht immer danach gehen was wir cool finden irgendwann sagen halt kinder vielleicht cumin ist das coolere spielzeug und ich finde das liegt nicht an lego das zu entscheiden sondern das sollen bitte die kinder im laden entscheiden und deswegen hoffe ich dass irgendwann es vorbei ist dass diese monopol stellung die ein hersteller hat nicht mehr uns vorschreibt was wir unseren kindern kaufen oder was kinder haben möchten und ja deswegen ich finde die ganze aktion die jetzt hier läuft gut wir sollten mehr auch der breiten masse einfach nahe bringen dass es noch andere steine gibt blue bricks tut das indem jetzt läden aufgemacht werden was ich mega cool finde das heißt es werden demnächst hoffentlich noch viele läden kommen und die leute werden durch eine mall gehen ein einkaufszentrum und werden halt einfach sagen oh es gibt noch was anderes als lego also ich finde am ende können eigentlich alle nur gewinnen na gut das ist nicht lego jetzt anders aber ja für uns alle denke ich mal ist es gut am ende wenn wir einfach mehr steine kaufen können und nicht mal irgendwo aus aus china importieren müssen und mit nachher zollkosten oder zollärger dass es kommt ja auch noch dazu wir als privatleute können ja auch das problem haben dass es festgehalten wird und am ende vernichtet werden muss ob wir alle da bock haben auf den rechtsstreit das ist halt eine andere sache also das ist halt ja eine schwierige geschichte aber geht bitte auf diesen link ich verlinkt euch das auch geht zu johnny's world in die videos die ich euch verlinkt und guckt euch das an was auch an geld schon zusammengekommen ist ist der absolute hammer spendet und egal was ihr spendet spendet ein euro spendet fünf euro es ich finde es einfach egal hauptsache man hat irgendwie was getan und hat einfach mit einer großen zahl signalisiert so nicht und ja geht darauf spendet wenn ihr spenden könnt oder bestellt einfach bei stein gemachtes mal ein set und helft thorsten auch diese zeit zu überstehen obwohl human ihm da ja auch wirklich beisteht das hat er gerade im neuen video nochmal gesagt die helfen ihnen da sehr stark und ich finde torsten hat es einfach verdient dass er nicht jetzt in den ruin getrieben wird durch so eine aktion also das ist ja wirklich existenzgefährdend für ihn ja ich finde er hat es nicht verdient er hat einen coolen kanal ich finde er ist ein cooler typ sein laden möchte ich irgendwann auch noch mal besuchen und demnach ja hoffe ich er kommt gut durch torsten ich drücke dir die daumen und man sieht es stehen eine menge leute hinter dir also ja halt den kopf hoch lass dich da nicht unterkriegen ich finde es cool was du da ans leben gerufen hast ich kann mehr jetzt gar nicht sagen ich habe alles gesagt die ganze geschichte könnt ihr euch bei johnny anhören und natürlich freue auch ich mich über einen daumen nach oben in diesem video die noppenstein stube sagt tschüss